Silberfisch Ein Silberfischchen steht kurz vor seinem Haus. Versperrt ist ihm der Weg unter dem Holzleister an der Wand. Seinem Zuhause. Ich werde es töten. Ich fühle mich bedroht. Kurz war sein Sterben. Ich habe es zertreten. Es warten wimmeln tausend Erben. Was heißt hier beten? Stellen Sie sich Silberfischchen vor ohne Chen. Groß wie Heringe durchziehen Ihre Wohnung. Vorbei an Ihrem Bett, an Ihrem Frühstücksbrettchen. Oder in der Nacht. Sie öffnen von außen Ihre Wohnungstüre und aufgerichtet erwartet Sie ein Silberfisch. Etwas größer als Sie. Und der wird nun Rache nehmen. Ich weiß nicht wie. Für all die von Ihnen getöteten Familien angehören. Ein Silberfischchen steht kurz vor seinem Haus. Versperrt ist ihm der Weg unter die Holzleiste an der Wand. Seinem Zuhause. Ich werde es töten. Ich fühle mich bedroht. Für all die Hapowered. Untertitelung des ZDF für funk, 2017